In dieser Folge werde ich mit Ketchup gestreamsnipe. Die Folge ist extrem heftig geworden, also schaut sie unbedingt bis zum Ende. Yo, was geht ab, Leute? Denkens am Start und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen in einer neuen Folge. Heute mit dabei, der S-S-E-N-I-X. Ich bin auch mit am Start heute, let's go. Okay, Freunde, das Ding ist, ich habe ihn die letzten Male ganz Zeit gestreamsnipe. Und ich will ihm heute beibringen, wie man streamsnipe. Damit er nicht jedes Mal von mir hops genommen wird. Ey, hast du Bock auf sowas? Ja, schon, aber ja, doch, habe ich ihn witziger, let's go. Da hinten macht gerade einer aus meiner Community auf Discord ein Skin-Contest. Und ey, ich bin der Stream-Snipe-König und ich muss einfach streamsnipen. Und ich muss das auch meinen Schülern beibringen. Wir werden jetzt erstmal zuhören, wie sie bewertet, okay? So, Leute, herzlich willkommen in meinem neuen Dino-Skin-Contest. Heute, wie ihr seht, bewerte ich Dino-Skins. Und wir legen jetzt auch direkt schon los. Ja, der hier ist ganz okay. Oh, mit Fischi beibringen, lecker, schmecker. Oh, die Pickings und so, alles clean. Du kannst weitergehen. Ey, das ist ein Dinosaurier-Skin-Contest. Und warum ist da einfach ein Eisbilly? Kannst du mir das mal ganz kurz erklären? Nee, ich glaube, der muss direkt getötet werden, oder? Was ist denn da los? Alter, natürlich müssen wir die gleich hops nehmen. Ich habe hier sogar ein Auto und ich bin richtig hier geheim unterwegs. Oha, hast du gerade gesehen? Da ist gerade ein Hühnchen weggelaufen, Alter. Will der auch Stream-Snipe? Oha, Alter, was ist denn da los? Aber warte mal ganz kurz, Dinex. Ich muss ganz kurz auf Toilette. Ich komme gleich wieder, okay? Okay, okay, bis gleich. Leute, Dinex ist ja gerade weg. Eigentlich bin ich ja immer der, der es kriegen und das macht. Und ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Stream-Snipe. Das mache ich eigentlich nur ihm zuliebe. Aber, weil ich mich ja in die Rolle versetzen kann als Streamer, werden wir heute Dinex ablenken mit ein bisschen Ketchup. Wenn er es übertreibt, wird er auf jeden Fall ordentlich Ketchup auf den Kopf bekommen. Ich bin gespannt. Und jetzt lieber leise sein, bevor er wiederkommt, Leute. Oh, jetzt wird es Zeit mit Stream-Snipeing. Oh, bist du bereit? Ich habe richtig Bock auf Dinex. Ey, jetzt, ich habe so extrem Bock, Alter. Ey, ich habe übel Zeit. Es gibt nichts Geileres, Mann. Oh mein Gott, Alter. Okay, wie wollen wir gleich fortfahren? Wollen wir mit einem Auto, die überfahren? Oder wollen wir die mit einer Sniper kaputt machen? Vielleicht erst mal die Eisbanane mit einer Sniper kaputt machen und dann Auto... Oh, let's go! Ja, das ist eigentlich ganz okay. Aber die Pick-Eggs, finde ich, passt nicht. Aber was ist das überhaupt für eine Pick-Eggs? Leute, die kenne ich nicht. Ja, okay, lassen wir weiter. Ist okay. Okay, der nächste Back-Bring passt super zu dem Skin-Pick-Eggs passt auch zum Thema. Du gehst auch direkt weiter. Okay, ich würde sagen, es ist Zeit, ja? Ich werde die jetzt gleich mit dem Auto überfahren und dann fahre ich schnell weg, Alter. Und dann machen wir gleich die zweite Stream-Snipe-Action, ja? Okay, ich bin gespannt, was du da raus hast. Okay, No-Skins-Anti-Markt, wow! Okay, wir müssen schnell weg. Oh mein Gott, ey, ich bin eingestoppt. Oh mein Gott, was warst du da? Ey, ich bin schnell... Oh mein Gott, ich muss schnell abhauen. Was war das denn, Alter? Oha, Alter, du hast einen getötet, ne? Oha, ja, Mann! Ey, Leute, was war das? Ich hätte gedacht, wir haben keine Stream-Sniper. Passt doch mal besser auf, Leute. Mann, ich habe keine Lust zu machen. Skin-Contest zu machen und jeder Stream-Snipe immer. Ey, Mann, das ist deine Schuld. Was, ey, hast du so ein Mädchen hier bei der Stream-Snipe? Ey, du bist doch das, ey. Ich bin eigentlich der Stream-Snipe, Alter. Nein, okay, okay, wir sind einfach ein Team. Ja, ey, du bist einfach so geil, Alter. Aber, ey, wir müssen diesmal ein bisschen aufpassen, okay? So, warte, okay, die sind da hinten. Was wollen wir als nächstes machen? Hast du vielleicht eine coole Idee? Also, vielleicht erst mal ein paar Einzelne rausschießen. Ich weiß ja nicht, vielleicht triffst du da jemanden. Okay, ich werde versuchen, mit dieser Kanone gleich wenig zu erwischen. Aber ich muss mich richtig doll konzentrieren. Ja, okay, konzentriere dich. Ich versuche leise zu sein. Okay, warte, ey, ich muss noch kurz was holen, ne? Ja, okay. Ey, aber mach dir streng nicht an, ne? Ich werde alles geben. Okay, Freunde, er ist ganz kurz weg. Und ich muss mich jetzt einmal ganz kurz konzentrieren. Freunde, ey, okay, ich sehe die da hinten. Okay, der nächste ist der Sloan Skin. Ist eigentlich ganz okay, aber passt überhaupt jetzt nicht zum Thema. Okay, Freunde, ich werde versuchen, jetzt den ersten zu erwischen. Der ist da hinten. Ich muss mich jetzt richtig doll konzentrieren. Und ihr nehmen wir jetzt mal aufs. Oh mein Gott. Freude. Ey, was machst du, Junge? Bist du verrückt oder was? Ey, Junge. Ey, Hilfe. Was hast du gemacht? Bist du verrückt oder was, Alter? Was stream snipst du auch, Alter? Das stream snip ist uncool, Alter. Ey, Junge. Digga, du hast mich komplett... Ich muss mich hier konzentrieren wegen stream sniping, Junge. Warte, jetzt guck zu, wie ich das mache, okay? Jetzt nehmen wir hier einmal ganz kurz den nächsten Hubs. Digga, du hast schon wieder eingekriegt. Nein, nein, habe ich nicht, Alter. Du lernst einfach nichts aus, Junge. Du lernst einfach nichts aus. Junge. Junge, meine Hosen. Bist du in das Wahnsinn oder was, Junge? Ey, kannst du damit bitte aufhören? Ich muss mich hier konzentrieren zum stream snip, Alter. Du willst weiter stream snip, Junge. Wie soll ich denn... Wie soll ich denn... Wie soll ich denn bitte schön mit diesen Händen jetzt hier welche erzielen meine ganze Tostatur gehen? Du bist gar nicht stream snip. Junge, was für gar nichts, Mann. Du bist voll der Verräter. Du bleibst uncool, Alter. Junge, wie soll ich denn hier die killen, Alter? Junge, du machst einfach weiter. Junge, Junge. Digga, du bist so wahnsinnig, Digga. Ich habe mir einfach dieses weiße T-Shirt jetzt einfach geholt. Und du machst sowas, oder was, Alter? Junge, das kann doch nicht sein, Junge. Bruder, hör auf, du bist süß, Alter, Junge. Ey, Bräute. Oh mein Gott, ey, aber ey, ist das doch nicht funktionieren? Nee, ne? Ja, 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 Junge, du hast es trotzdem gestorben, Alter, Junge, die ist richtig heftig gestorben. Ey, nee, ne, da werden jetzt schmutzig gemacht, dass die trotzdem gestorben ist. Was soll denn das, Mann? Ich dachte, wir werden hier einfach ein Stream snip, jetzt hast du mir einfach eine ganze... Stream snip, ist uncool, Digga, aber dass du das trotzdem geschafft hast, ist ja fräck. Was soll ich noch machen, Alter? Ja, ich würde mal sagen, juhu! Okay, und was mache ich jetzt? Auf jeden Fall weg von mir, Digga. Okay, okay. Was ist nur hier passiert? Warum bin ich hier komplett in Catch-Up? Ey, ich werde daraufhin auf jeden Fall den Siedex dreifach nochmal Stream snipen. Ey, was hast du da gerade gesagt, Digga? Nein, 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 nein. Hä, hey, 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 hey. Junge, raum. Gehe,っぱ den Stream snip ramen, Digga. Nein, nein, das war ein Spaß. Das war ein Spaß. Ich hoffe, du hörst auf. Du hast mich verstanden. Ja, ich höre auf. Ich höre auf zu stream-snipen. Okay, Freunde, wir sind in der nächsten Runde. Und ey, Sinex hat mich gerade richtig abgeleckt. Was soll denn das, Junge? Ja, Bruder, stream-snipe geht echt nicht fit. Aber ich glaube, du hast eine Lektion gelernt, oder? Ja, okay, ich habe es gelernt. Okay, wir sind jetzt in der nächsten Community-Runde. Und da ist gerade der Thunder-Stat-Blue. Der will hier gerade so ein Rennen nachmachen, wie es der Sinex vor zwei Tagen gemacht hat. Und ey, ich werde es natürlich wieder stream-snipe. Mal gucken, wie weit wir kommen. Und was sagst du dazu, Sinex? Ja, eigentlich stream-snipe geht ja nicht fit. Aber wenn der jetzt hier einfach meine Stream-Ideen klaut, dann darf man auch mal stream-snipe, ne? Ja, denke ich auch. Und ich muss auf jeden Fall gleich erst mal duschen gehen, Mann. Ja, finde ich auch, Alter. Das stinkt hier ein bisschen nach Ketchup um. Junge, was soll das, Junge? Na, okay, Freunde. Ah, ich bin hier runtergefallen. Ich werde auf jeden Fall von da oben gleich stream-snipen. Hey, Leute, was geht? Willkommen in meinem Autorenn-Skin-Contest. Mal was anderes. Und ich hoffe, es gefällt euch. Der erste Platz bekommt von mir ein Skin-Geschenk, Leute. Ey, der erste Platz bekommt diesmal keine 100 Euro, wie du es angeboten hast, sondern ein Skin-Geschenk. Lasst uns direkt einen stream-snipen, okay? Oh mein Gott, let's go! Oh mein Gott! Schön, du hast einfach meine Idee geklaut und den billig gemacht, Junge. Du musst jetzt hier ordentlich stream-snipen. Los, da habe ich jetzt auch mal Bock drauf, Alter. Wie traurig, Mann. Let's go, let's go, Leute, fang an! Oh mein Gott, ey, die sind alle auf dem Weg. Und ich muss die bisher verfolgen. Ich muss das irgendwie schaffen, okay, Mann? Abfahrt, ich glaube an dich, Alter. Ey, den ersten nehmen wir gleich auf jeden Fall, Hopps, okay? Normal, Alter. Und sie zu, wie es ein richtiger Street-Style-Permann macht. Oh, der ist groß, der ist raus, Bruder, hinter dir. Ah, egal, ja, weiter. Da ist noch jemand drin, aber einer ist raus, ne? Ey, warum hast du mich jetzt wieder abgelenkt, Junge? Ja, das sollte, die ist auch wirklich keine Ablehnung. Wie seid ihr es wirklich mal draus, Alter? Alter, ich gebe mein Bestes, okay? Ja, Mann. Oh, komm, den Hut zu. Oh, Denex, was machst du denn? Junge, das ist gegen auf einmal nicht. Was machst du denn auf einmal? Ey, ich gebe alles. Ich werde das auf jeden Fall schaffen, Mann. Ich glaube dran, fest. Bei mir immer Streamside-König. Und was machst du jetzt, Alter, was ist das? Ich werde das schaffen. Steht's Hut, Lene, okay? Ja, okay. Guck mal, wie er abbaut. Ich habe es dir noch gesagt und den Rest hole ich mir auch noch schnell. Okay, Leute. Ähm, Leute, wo sind die ganzen Autos hin? Let's go, der Hase. Ja, aber, ja, aber du. Ey, Leute, wer streamsnipet hier? Ey, wir streamsnipen hier richtig, Denex. Ja, normal, Alter. Der kann sich andere Ideen suchen. Der kann sich andere Ideen suchen. Mal gucken, ob wir es so schaffen wie der König. Ich nämlich. Let's go. Wir verfolgen ihn mal ein bisschen. Und dann schaffen wir ihn. Oh, komm mal, was ich mache. Nein. Was machst du? Ich versuche raufzukommen. Er ist gut, aber er ist nicht besser als ich. Ah, ich bin mir doch nicht so sicher. Er ist dann, komm, Digga. Scheiß ist er. Okay, und. Er ist gut. Oh, er kriegt mich. Ich schaffe das, ich schaffe das. Ich schaffe das mal. Siehst du? Eine Muni mehr. Oh, oh, oh. Ja. Let's go. Kann doch nicht wahr sein, wo sind die ganzen Teilnehmer hier? Was? Ey, den letzten schafft wir auch noch. Ey, ich bin einfach eine lebende Legende, was sowas angeht. Ich bin einfach der richtige Spider-Man, Mann. Einfach der Stream-Snipe-König, Alter. Oh. Oh, er trifft. Er trifft. Oh mein Gott. Ey. Das hast du nicht gesehen, Mann. Ey, Leute. Das kann doch nicht weiter. Digga, das kann doch nicht so weitergehen. Leute, jemand hat hier gestreamt. Alle Teilnehmer sind tot. Ich bin alleine übrig. Ey, was ist das? Wir machen jetzt direkt eine neue Runde, Leute. So funktioniert das nicht. Okay, wir sind jetzt einfach in der dritten Runde. Und ey, ich mache hier gleich mir so eine kleine Tarnbemalung. Ich mache mal so. Ich mache mal so. Ich weiß nicht, ob man überhaupt was. Schmeckt der Kindschutz, Digga. Schmeckt das? Äh. Nee, Mann, Digga. Aber jedenfalls, Freunde, wir werden jetzt das allerletzte Mal Stream-Snipen. Und ey, ich sehe, die machen da gerade ihr Skin-Contest. Und die haben ja das Thema Dinos. Denn bald kommen ja auch die Dinos. Das hat man ja auch im Trailer auch schon gesehen mit Boba Fett. Und ich werde hier gleich Stream-Snipen. Ey, hast du Bock drauf? Ja, ich habe Bock drauf, dass es... Du Lückner, du hast gar nicht Bock drauf. Nein, doch, bei dem schon, weil der hat die Idee geklaut. Sonst würde ich dir wieder Ketchup übers Gesicht machen. Aber wer hier meinen Content klaut, der kriegt natürlich auch vom Stream-Sniper-König was ausgewischt, ne? Richtig. Yo, Leute. Was geht? Das ist jetzt die zweite Runde. Ey, Leute, tut mir bitte eingefallen. Stream-Snipe nicht, ja? Ich bewerte jetzt in Ruhe, aber Stream-Snipe nicht. Das nervt wirklich. Okay, Freunde, wir werden jetzt Stream-Snipen. Ey, ich finde, der hat hier meinen Skin nachgemacht. Direkt Hops nehmen, ne? Ja, normal, Alter. Let's go. Ey, Leute. Ey, hier wurde schon wieder Stream-Snipen. Leute, könnt ihr es nicht einfach bleiben lassen, Alter. Ja, Digga. Dein Skin, ne? Diese Pick-Ex ist halt anders. Gar nicht... Ey, Leute, wer klaut hier meine Arbeit, ja? Ich bin hier der Bewerter. Ey, er hat gerade gesagt, ich klaue seine Arbeit, Alter. Das gehört, Alter. Let's go, Mann. Ja, nicht, dass du noch in Zukunft Stream-Sniper wirst. Also, meine Arbeit klaust. Nein, Junge. Okay, warte. Wir gucken weiter. Leute, gleich gibt es sowas von Ärger. Wir bewerten jetzt Tropfen noch ein. Also, deine Kombination finde ich jetzt nicht so geil. Auch, das passt halt eigentlich nicht so. Mit der Farbe passt es, aber mit so einem Goodroll oder was auch immer das ist. Ne, tut mir leid, das passt leider nicht. Das tut mir wirklich sehr leid, aber das passt halt nicht. Hey, Leute, was war das? Ich habe einen getötet und noch jemand wurde getötet. Wer war das? Ey, warst du das, Petra? Ich habe den richtig hops genommen, Alter. Der ausrastete, ganz zu geil, Alter. Ey, wie findest du eigentlich meine neue Spitzhacke? Soll ich da sonst gleich mal ganz kurz mitmachen? Ja, voll geil, dass du die gratis einfach bekommen hast, ne? Voll geil, die Leute. Ey, ich schleiche mich ganz kurz hin. Vielleicht bewertet er mich auch richtig gut. Der muss sich doch durchlassen, oder? Okay, Leute, wir bewerten mal... Bist du neu? Oder warum? Wir hatten doch eben schon einen Spider-Man, aber der wurde getötet. Bist du neu? Digga, er glaubt, ich bin neu. Ich bin das ja auch, aber das darf ich nicht sein, weißt du? Aber wie findet er meine Spitzhacke? Mal gucken, was er dazu sagt. Die ist nämlich richtig neu. Okay, Leute, ich würde mal sagen, wir bewerten mal den Spider-Man, auch wenn er... Was hat der für eine Spitzhacke? Oha! Ist das nicht diese kostenlose, die man bekommt? Nein, die ist nicht kostenlos. Ey, was schlägst du? Willst du etwas sterben, genauso wie der hier? Hä? Guck, guck, wie stark ich bin. Oh mein Gott, ey, der macht mir richtig Angst hier. Ja, okay, warte, ich versuche gleich mit meinen Tanzchen zu überzeugen, okay? Was sagt er dazu? Leute, ich glaube, wir haben einen Hacker in unserer Lobby. Er sagt, ich hacke. Warte, und so? No-Skin-Tanz? No-Skins-Animacht! Oh mein Gott! No-Skins-Animacht! Leute, bringt euch in die Macht! Schöne den Swimmer! Wir müssen das schaffen! Wo ist der Swimmer, Bruder? Oh, nein, du wirst geklärt. Oh mein Gott, ey, die sind so stark! Was soll ich machen? Ab auf den Züge! Leute! Ich glaube, der Swimmer ist auch geschockt. Ich glaube, wir haben es geschafft. Warte. Ey, Leute! Wie geht das? Das hat alles ins Chaos gebracht. Alle meine Teilnehmer sind ausgerastet und haben mich getötet. Wie? Ey, wir haben es einfach geschafft, Sinek! Auch wenn ich dir das echt übel nehme, dass du hier mein kompletten T-Shirt kaputt gemacht hast. Ey, mein ganzes Zimmer ist voller Ketchup. Aber ey, wir haben erfolgreich gestreamt und das ist das Wichtigste des Tages. Ja, der hatte das ja auch verdient. Da kann man das auf jeden Fall machen. Und ja, war doch eine richtig geile Runde, Alter. Freunde, falls euch die Folge gefallen hat, lasst mir den Like und den Abo da und den Creator-Code Denex und checkt seinen Kanal ab. Er streamt nämlich auch fast jeden Tag. Und falls ihr mehr auf solche Videos Bock habt, dann schreibt mal auch in die Kommentare rein. Okay, Freunde, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein! Euer Denex. Bye, bye!